René und die anderen schon vorausgegangen sind. Ich höre euch. Hey, seid ihr? Es war doch okay. René gibt mir von dort die Erlaubnis zum Hochfahren. Wie geht das? Hey, überlass das mir. Okay, wir kommen gleich. Warte eine Sekunde. Hm, ziemlich langsam. Lassen wir uns doch Zeit. Hihi, es scheint, dass sie okay sind. So, jetzt heilt ich mich mal kurz. Oh, wasser war? mich hier drüben. Was zum Henker? Es bringt gar nichts, jetzt rauszugehen. Nein, als ich vorhin ankam, war hier alles. Wir gehen erstmal in den anderen Komplex. Renni, los, schnell, hier rüber. Oh Gott, ernsthaft? Jetzt aber schnell. Okay. Das ist gerade eben Es war ja ziemlich knapp Stimmt Kein Wunder, dass der Kran so langsam war Es gab Tauchalarm Ebenfalls sollten wir hier weg Ich mag diesen gelben hier Ich nehme dann den anderen Hm, ich auch Hey, hey Na komm schon Irwin Ich bin so'n Kart unterwegs Das ist Die Hexe plant Einen Raketenangriff auf den Garten Renor sagte, dass Irwin Das gesagt hat Wir müssen schnellstens den Garten wahren Steigt ein Balamb und Freier Biergarten Sollen die Ziele sein Wir werden den Angriff stoppen Wir müssen den Angriff verhindern Wann bist du jetzt mal hier Ero Den Einsteigen Ich kann sie gut verstehen Aber Aber Ja, oder? Wann Ich wollte hier hinlaufen? Nö Ich muss mit dem Kart unterwegs Die Wüste sieht total komisch aus Ich 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 Bis vor kurzem im Dreier Biergarten Ich kann nicht einfach herumsitzen und Däumchen drehen Bitte, bitte Chef Sag uns, wer zu Raketmasse geht Leicht gesagt Das ist ja ein Himmelfahrtskommando Wir stimmen jetzt ab René wehrt die Leute aus Und geht nach Balamb zurück Wer dagegen ist Meldet sich bitte jetzt Du kannst frei über mich fügen Du bist kein Seed René, du bist der Anführer Teile jetzt die Gruppe ein Anführer, mich hat man ja gar nicht gefragt Was riecht ich? Hm? Ich habe gehört, dass man zuerst Dreier Biergarten Dann Balamb angreifen will So und jetzt Warst du schon bei Sefi Wir haben uns entschlossen Toll Sorry Meine Freunde Konnte ich nichts machen Ich bete Dass euch nichts passiert Das waren doch bestimmt Blindgänger, oder? Chef schnell, Nachbarlamm Wenn Nimmst du jetzt mit René, na los René entscheide dich Denk gut nach Warum ich? Schon gut Ich mach ja schon Ich bin 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 Und rieb ja rechen das war der das war das ballamt team der rest geht zur raketenbasis eines bleibt dabei wir handeln zum ersten mal nicht auf befehl oder auftrag sylvie hast du einen plan wenn wir diesen galant badia wagen nehmen wenn wir uns sicher hinein lassen was danach passiert überlegen wir wenn wir dort angekommen sind ist das ok sorry ich meine danke wir haben nicht mehr viel zeit schnell zum ballamt garten wir sehen uns im ballamt garten rené tempo wir nehmen den zug und da sind sie wieder irgendwer was runtergeschmissen das war schon mal so weißt du noch ja schon mal jetzt fahr ich mit zug der schluss da ist sie gut aber ich zeig euch meinen kampfgeist übernehmen dich nicht ist das idiot wollten wir noch hinterher so auf zur raketenbasis ähm moment wo war die noch mal ach ich weiß wo die war hey hey das ist eine ahnung es war die war die war die war die war die war du ja ihr könnt jetzt euch geht durch was wirklich dankeschön die uniformen stinkt ja widerlich wie sieht denn der zeitplan genau aus ach das ist doch jetzt egal wir müssen die raketen stoppen wir werden sämtliche räume durchsuchen und sie zerstören am schluss werde ich die ganze anlage in die luft sprengen so mag ich dich heavy na dann mal los und ab was sind wir verkleidet was sind wir denn hier perfekt ich habe schon wieder ach so eine eine id karte haben wir nicht beruhige dich die lag im wagen vielleicht pass hier identifikation positiv zugriff gewährt ja geht nicht auf die karte ist unnötig zugriff verweigert ach mir fehlt noch eine id karte ähähäh gut wie mache ich das jetzt keine ahnung ach hier kann ich rein gott gar nicht gesehen boah es steht ja jemand was was tue ich jetzt einfach so wie immer darin gehen leise vorbeischleichen er darf uns doch nicht sehen wir sollten uns vorbeischleichen hey jeder wartet hoppla was will er waren wir doch zu auffällig ihr geht so komisch stimmt was nicht nein nein alles in ordnung dann geht doch normal was ist das denn für eine anlage ich glaube man weiß ja nie vielleicht stirbt man ja man kann ja nie wissen vielleicht stirbt man ja auch es riecht so lecker es riecht ja richtig lecker man kann ja nie wissen wir sind gerade am checken stört uns nicht techniker eigentlich müsste die letzte abschussrampe bald eintreffen schön hier der zutritt ist verboten was bist du denn hier geht es zum raketen lift ein vorpunkt kann man ja niemals hier in erzler hey was wollt ihr wir sind beschäftigt hey du musst gleich den generatorraum checken ist es schon zu spät ich habe doch heute wegen dem abschuss keine zeit könnt ihr mir einen gefallen tun und eine nachricht weiterleiten sagt bitte den mann am raketenlift dass er alleine hingehen soll tut mir bitte den gefallen danke na gut dann nochmal zum raketenlift was er hier war ne hier ähm entschuldigung wir haben eine nachricht was denn das war das ähm wegen dem generator sie sollen alleine hingehen die anderen sind zu beschäftigt hab verstanden aber ich hab selbst noch viel zu tun könnt ihr denen ausrichten dass ich das zurzeit nicht schaffen kann ja gut ich bin jetzt stelle post dass ich immer die nachricht wieder senden darf ja klar er schafft es heute auch nicht weil er ebenfalls beschäftigt ist hm was machen wir jetzt was fragst du mich ich hab keine ahnung es hilft nichts könnt ihr das nicht erledigen das ist gegen die vorschrift was ist wenn der kommandeur davon wind bekommt ach komm wir sollen doch nur gucken ob die geräte laufen na gut wenn du meinst ja so sieht es aus wir zählen auf euch verstanden ja ich werde es komplett demolieren ok jetzt müssen wir anscheinend ich hoffe mal wir können jetzt rein wir müssen hier rein und irgendwas demolieren ne ne jetzt fahre nicht so aus kann ich den wieder stören ne kann ich wohl nicht so kann ich irgendwas soll ich demolieren ja ist verboten ist mir auch schon klar ich muss jetzt nur rausfinden was ich demolieren soll uns wurde die kontrolle des raums befohlen ok dann habe ich jetzt auch wachablösung ich hole meinen partner viel spaß bei der kontrolle hier rein soll man sehen so was mache ich jetzt mit der kontrolltafel blind herumtippen paar mal draufschlagen passiert nichts ob ich es nochmal probiere ja ich werde es komplett demolieren muss es jetzt so lange machen bis es kaputt geht so hui das licht ist jetzt aus fehler in der stromversorgung techniker bitte zur kontrolle schnell weg ehe jemand kommt los geht's hey jeder was ist denn hier passiert nicht lang facken um mieten ich schreibe mich mal raus eine ausrede eine ausrede wir sind auch eben gekommen ja habt keine ahnung weil wir auch gerade eben gekommen sind glück nicht ihr seid gerade da rausgekommen du irrst dich überlasst uns den posten und geh zurück wir haben noch genug zu tun überlassen wir das denen ok macht bloß keinen miss hier hui war das knapp sehr viel übernimm dich nicht ach vergessen wir das wir müssen uns beeilen cool ich konnte mich rausreden wir haben wegen dem stromausfall nicht genügen leute wenn es sein muss ok los jetzt sprechen wir das noch mal ab hat auch sinn und zweck nein das würde ich gerade nicht sondern hier ich habe ich ja noch nie gesehen was mache ich was mache ich jetzt mach keinen auch schon erst mal wegrennen ja doch Dann muss ich wohl jetzt nach oben. Ah, hier kommt er. Da sind sie. Da sind sie jetzt drauf, ey. Schulter schick Ja, Gatling Gun, mhm. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, dann bist du tot. Gut. Mach ich mal was. Ja, ich rieche das volle Kanne. Ability, Zauber, D und Item. Ability. Nö, das reicht. Nö, das ist bei ihm hier. Nö, Ash. Zauber. Zauber. So soll er hier teilen. Was sind euch hier aus? So gucken. Ne, perfekt Ab durch die Mitte Ich muss hier den Raum machen Vorbereitung beenden Vorbereitung ebenfalls beendet Wir hatten zwar kleinere Probleme, aber der Plan wird durchgeführt Wir sind etwa im Versuch, bereitet die letzten Schritte zum Start der Raketen vor Jawohl, Sir